So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB heute hier am Dienstag, den 14. November 2023. Gemeinsam wollen wir uns einen Blick gönnen auf die Märkte. Natürlich einen Blick gönnen heute ganz besonders auf Gold und auf die anstehenden US-Inflationszahlen, was von diesen erwartet wird und vor allem, wie sich das dann auswirken könnte. Auf den Markt insgesamt, wir sehen, das haben wir in den letzten Tagen beobachten können, deutliche Bullishness akzeptieren höherer Preisniveaus nach den Aufschlägen von Freitag, sind stabil in die neue Handelswoche gestartet. Das ist kein Fortführen dieser Bullishness, aber nichtsdestotrotz, man akzeptieren höherer Preisniveaus im Nasdaq, im S&P, ganz besonders. Und auch der DAX steht eventuell hier vor einem substanziellen Break höher und dann auch final einem Lauf in Richtung der Oktoberhochst. Aber wie gesagt, unser Fokus ist auf Gold, denn da gab es interessanterweise keine, keine bullische Entwicklung. Was wiederum die Frage aufwirft, hatte das, was wir jetzt in Equities zu sehen, wir bekommen haben, die letzten Tage ganz besonders, hatte das vor allem mit der Erwartungshaltung in Bezug auf die FED zu tun oder hatte das nicht eventuell andere Gründe? Und wir wollen also ein bisschen Licht ins Dunkel bringen oder beziehungsweise ich möchte meine Einschätzung diesbezüglich geben und natürlich ein entsprechendes Szenarientableau, vielleicht auch in gewisser Form, für Gold, heute dann für die Inflationszahlen, skizzieren. Bevor wir allerdings offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Deviso und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Einleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste dann das Risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Livekonto zu eröffnen, diesbezüglich alle Informationen, vollständig Risikoprofil, findet ihr auf xtb.com.de. Gerne auch die Möglichkeit nutzen, unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, eure Fragen zu den Melken zu stellen, falls ihr diese haben solltet, die ich dann gerne beantworten würde. Wichtig in dem Zusammenhang, warum ich diesen Verweis mache, nichts in den folgenden Minuten bitte als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt, wie gesagt, gerne eure Fragen stellen, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Für Fragen rund um xtb, rund um die xStation, rund um Kontoröffnung und dergleichen, hier einmal die Kontaktdetails, einmal Telefonnummer, einmal die E-Mail-Adresse, xtb kurz als Broker vorgestellt, bis der CFD Brokersjahrs 2023 ausgezeichnet von Brokerwahl, die unerzüge geführt haben, findet ihr hier aufgelistet, alles weitere, wie gesagt, auf der Webseite. Und dann wollen wir einen Blick uns gönnen auf die xStation, in die xStation gehen. Und hier in dem Zusammenhang habe ich gleich einmal Gold vorbereitet. Und in Goldchart, wir sehen diese Abwärtssequenz, die wir zu sehen bekommen haben, die letzten Tage, also das heißt rund die letzten zwei Wochen, anderthalb Wochen, ausgehend nämlich von, oder beziehungsweise erstmal gipfelnd in diesem kurzen Spike über die 2000 Dollar Marke, in den Nonfarm oder nach den Nonfarm Payrolls, oder folgend auf die Nonfarm Payrolls und dann Abgabedruck. Und ja, was haben wir zu sehen bekommen parallel dazu? Nun, die letzte Handelswoche, die hat es offenbart. Wir wollen ganz kurz einen Blick werfen. Ich nehme stellvertretend mal den Nährsteig an dieser Stelle. Wir haben einen insgesamt eher ruhigen Handel nach einem V, was wir eingezeichnet haben, zu sehen bekommen. Also Abgabedruck in den Monatsschluss hinein. Das waren stark steigende Zinsen in den USA hauptsächlich, die dazu beigetragen haben. Aber auch sicherlich die Sorgen rund um eine geopolitische Eskalation im Gazastreifen, also weitere Eskalationen, neben der schon bereits stattfindenden Eskalationen. Enge Konsolidierung, dann sagte ich heute, beziehungsweise mit Ausblick auf die kommende Woche, also den heutigen Tag, die Inflation, das wird den Handel vielleicht so ein bisschen ruhiger sich gestalten lassen. Und dann haben wir doch interessante Vorgaben zu sehen bekommen. Also letzte Woche Dienstag hatten wir zunächst einen Bullischen Drive, Attacke auf die Oktoberhochs im Nährstack, dann am Donnerstag wieder ein Dip tiefer und dann am Freitag diese scharfe Rallye auf der Oberseite, wo wir die Aufschläge jetzt haben, eben verteidigen können. Das, was man argumentieren könnte, wäre, dass man sagt, nun ja, vielleicht, also hier beim Blick auf den Kalender in der X-Station, Blick auf die Verbraucherpreise, die jetzt, hier kann man es erkennen, Verzeihung, das ist übrigens die Kerninflation gewesen, wo ich draufgeklickt hatte, 4,1%. Die nicht hier Kernkomponente wird mit 3,3% erwartet. Was man nämlich argumentiert an dieser Stelle, dass man sagt, naja, wenn die Inflation weiter rückläufig ist an dieser Stelle, wovon an dieser Stelle auch ausgegangen werden kann, blickt man nämlich zum Beispiel auf die jüngsten Entwicklungen im Rohstoffbereich. Also zum Beispiel schaut man sich an, dazu holen wir ein bisschen weiter mal aus, im Zusammenhang mit Öl. Wir haben über das Jahr 2022, also erstmal initial starke Anstiege gehabt und haben dann ab Mai, Juni begonnen, einen Abwärtstrend zu etablieren. Und mit zeitlicher Verzögerung spiegelte sich dann dieser Rücksetzer auch in den entsprechenden Verbraucherpreisen wieder. Das heißt also, das war hauptsächlich Rohstoff getrieben. Dann kam der Bounce jüngst, also besonders seit Juli und zeitlich verzögert, zog dann auch hier die Inflation wieder an. Und jetzt kommt folgende Überlegung ins Spiel. Wir sehen im Falle von Öl jetzt jüngst wieder ein Rücksetzer von über 20% hier, ausgehend von den Hochs um 95 Dollar, die wir markiert haben, also Jahreshochs, die wir markiert haben, dieser scharfe Rücksetzer. Zwischenzeitlich, von dem wir uns auch nur ganz marginal hier erholen. Jetzt kommt die Überlegung ins Spiel, dass man sagt, naja, wenn jetzt die Inflation heute wirklich im Bereich um 3,3% veröffentlicht wird, vielleicht sogar leicht runter, 3,2, 3,1% und wir sehen diese Entwicklung im Ölmarkt und wir wissen, zeitlich verzögert, spiegelt sich das dann auch in den Verbraucherpreisen wieder, dann ist nicht auszuschließen, dass wir zügig unter die 3%-Marke und dann mit großen Schritten in Richtung der Zielmarke, der FED, um 5% eben laufen. Das wiederum macht eine geldpolitisch lockere Haltung seitens der US-Notenbank FED wahrscheinlich. Nicht, dass sie dann nicht nur den Leitzins auf dem aktuellen Niveau dann im Dezember auf ihrer Sitzung verweilen lässt, sondern auch, dass sie dann in der ersten Hälfte, vielleicht sogar des Jahres 2024 bereits beginnt, Zinssenkungen auf den Weg zu bringen und mehr als die aktuell mit etwas mehr als 50% eingepreiste 25-Basispunkt-Zinssenkung bis Juni auf den Weg bringt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich so argumentiere und die Kursentwicklung hier im Hinblick auf den Nasdaq beispielsweise erkläre, dass das eine Spekulation auf eine geldpolitisch lockerere FED ist, dann hat das seine Daseinsberechtigung. Aber was nicht ins Bild passt, ist das, was wir in Gold sehen, denn in solch einem Umfeld siehst du Gold bullish performen. Und genau das wirft die Frage auf, wo kommt erstmal die Bullishness hierher? Ich muss gestehen, also mit Ausblick einmal auf den Nasdaq, ich glaube, das ist jetzt vor allem eine Chase von unterinvestierten Portfolio-Managern, die einfach über das Jahr bei dieser Rallye haben sich nicht positionieren können oder beziehungsweise nicht in dem Umfang positioniert haben, wie es eventuell ausgehend von den ihnen zur Verfügung stehenden Kapitalen, Geldern nötig gewesen wäre, sind underperformed unterwegs. Wir sehen in Microsoft zum Beispiel als Big Tech Name ganz allen voran auf neue Allzeithochs durchbrechen. Was willst du deinen Investoren verkaufen? Jetzt Ende des Jahres beziehungsweise zu Beginn des nächsten Jahres, wenn du dein Fonds oder dein beziehungsweise das Geld dieser in deinem Fonds irgendwie geparkt sehen möchtest, wenn du Big Tech Blue Chips eben in deinem Portfolio hast bei solch einer Performance, dann wirst du ja sagen wollen, ich bin positioniert in denen. Ich habe zwar im letzten Jahr underperformed, weil, aber ich bin jetzt positioniert, sehr grob gesprochen und ausgehend hiervon sehen wir uns in einer sehr, sehr komfortablen Situation für die kommenden zwölf Monate. Bitte gib uns so dein Geld im übertragenen Sinne. Und ich glaube, das sind einfach Gelder, die von der Seitenlinie jetzt hier reinfließen, die eine Chase auf den Weg bringen und die die Equities treiben, was wiederum bedeutet, die Inflationszahlen, selbst wenn sie über der Wartung reinkämen, sehe ich nicht zwangsläufig einen scharfen Rücksetzer in Equity, sondern sie maximal einen Flasch tiefer und dann schon bereits wieder Käufer reinkommen. Was allerdings in Bezug auf Gold jetzt die Frage aufwirft, wäre solch ein Szenario auch für Gold bärisch? Das ist wiederum so ein bisschen die Frage. Wenn die Inflation über der Wartung aktuell von 3,3% reinkommt, 3,5% eventuell, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einen kurzen Flasch nochmal auf der Unterseite gibt. Eine Attacke vielleicht sogar auf die 1900er Region. Das mutet schon etwas arg viel an, aber ich denke, einiges von solch einem Print dürfte durch die jüngste Korrekturbewegung hier, nach diesem starken Run höher über den Monat im Oktober, schon eingepreist sein. Was das bedeutet, wir könnten ein ähnliches Szenario vielleicht zu sehen bekommen, wie hier mit den Arbeitsmarktzahlen Anfang Oktober. Nochmal ein kurzer Flasch, im Falle von Gold, 1930 eventuell auf der Unterseite und dann von dort einen ernsthaften Versuch, eine Attacke zu starten auf dieser Abwärtstrendlinie und einen Bruch höher. Was mich aber jetzt noch nicht bewegen würde, mich dann long zu positionieren, sondern dafür würde ich ein klares Signal abwarten wollen. Alternativ-Szenario ist, Inflation kommt gleich rein, unter 3,3%, 3,1%. Wir sehen einen entsprechenden Bruch dieser Abwärtstrendlinie. In beiden Szenarien sehe ich eher eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Bruch dieser Trendlinie kommt, aber wie gesagt, die mich nicht dazu veranlassen würde, sofort long mich zu positionieren, sondern da würde ich ein klares Bild abwarten wollen. Das würde dann so aussehen, dass wir eine Attacke, ich würde diese Attacke erwarten, so will ich es formulieren, Attacke sehen auf diese Region, dieses Zwischenhoch verlaufend ungefähr im Bereich um Roundabout, 1965 ist es ungefähr, ich will das mal ganz kurz hier einmal zeigen. Zack, mit diesem Kreuz, also dieser Bereich ungefähr, 9,65 ist es Pi mal Daumen, dass wir eine Attacke auf diesem Bereich zu sehen bekommen. Hier erstmal einen Widerstand finden, vielleicht einen kleinen Overshoot, je nachdem, Rücksetzer sehen und dass wir dann mit dem Ausbilden eines höheren Tiefs in der Konsolidierung hier drunter uns long positionieren, Zack, mit einem anvisierten Ziel zurück im Bereich 2010 US-Dollar. Und ich will auch ganz kurz erklären, wie ich da drauf komme. Die Konstellation, die sich in solch einem Bild hier herauskristallisieren würde, das wäre eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter. Also erstmal alles Zukunftsmusik, bitte nicht missverstehen. Das muss erstmal alles so kommen, weswegen ich auch weiter zurückhaltend bleibe bei Gold. Aber das wäre solch eine inverse SKS-Struktur, die sich dann ausbilden würde. Der Einstieg würde erfolgen mit einem Break dann über die ausgebildete Widerstandsregion nach dem Ausbilden eines höheren Tiefs. Also hier haben wir einmal die linke Schulter, den Kopf und hier wäre dann die rechte Schulter an dieser Stelle. Und das projizierte Kursziel, das würde ich dadurch erhalten, dass ich von dem Kopf hier auf die Nackenlinie, ein Lot fälle, das ich dann hier oben ansetze. Also das wäre ein measured move im übertragenen Sinne. Und der beträgt ungefähr 40 Dollar Pi mal Daumen. Also ausgehend von der 9,65, 9,70 ist es runter bis auf die 9,25, 9,30 Pi mal Daumen. Also roundabout 40 Dollar. Die setze ich dann da oben drauf auf die 9,65 und lande dann eben in einem Bereich 2005, 2010 US-Dollar pro Feinunze. Entsprechend eben, wenn ich hier diesen Strich dran setze als projiziertes Ziel. Aber nochmal, das setzt erstmal voraus, zum einen Inflationsdankommen rein, wir bekommen erstmal eine Reaktion zu sehen. Die müssen wir abwarten, meine Tendenz geht nach der jüngsten Entwicklung hier in Gold eher in Richtung einer bullischen Reaktion. Auch wenn initiales Splash tiefer geben könnte, sollte die Inflation unter der Erwartung reinkommen. Dann würde ich auch noch nicht long positioniert sein wollen, selbst wenn die Reaktion infolge eines Sprints unter der Erwartung 3,1% reinkäme, Bruch dieser Trendlinie, warten wir die Attacke ab auf diese Widerstandsregion, finden wir dann hier einen Widerstand, aber ein Halten mit einem höheren Tief, was sich ausbildet, dann wird es interessant für einen Break höher und projiziertes Kurszielrücklauf über die 2.000 Dollar Marke. Das werden wir natürlich alles auch hier im Guten Morgen Börse gemeinsam mit XDB in den kommenden Wochen entsprechend dann abdecken, vielleicht Tagen, Wochen werden es nicht unbedingt werden. Und bis dahin, David Trading. Pass auf, die Stopps auf, wir hören uns morgen wieder. Habt dich wohl, bis dann. Tschüss.